ich scheiße es mal auf euch heute hier nervt mich dann scheiße ich auf euch so ich habe das spiel unterschätzt auch wollen dann so viel so viele vorteile hat mehr als ein gegner das ist trotzdem schwer manche gegner die sind schon ein bisschen heftig wie zum beispiel der da nach hast du sie wohl beim aldi gekauft ich habe das so ein tipp gelesen wenn man es öffnet dann macht es irgendwas die schauf also auch nehmen schon wieder da jetzt hab gut hier so die gegner sind erinnert mich ein bisschen an das spiel die unglaublichen da sind auch immer so massenhaft gegner irgendwie geht mein macht das gerade nicht btf kommt ihr denn her ich hätte auch so können dann muss ich noch nicht muss das mal lieben okay ah und es ist so zeitliches dings ich glaube schon das spiel ist nicht leicht habe ich wohl genau das richtige spiel ausgesucht das spiel ist nicht so leicht und nicht so schwer ist okay scheiße lucas arz nachher von dem spiel die haben recht coole spiele und so und wo jetzt er hat mich erwischt dann kommen wir wischen knommel so ich komme jetzt so muss ich da springen ich komme ich da hoch dass man kriegt das dom habe ich gar nichts sehen okay sehr witzig muss ich das vielleicht weiter so wie weiter geht es nicht muss ich das vielleicht rausziehen es kann man nur aufklappen hä wo geht es denn da weiter ich peile jetzt langsam gar nichts mehr muss man da irgendwas kaputt machen hoch komme ich nicht oder muss ich da was dagegen schmeißen ja nicht mehr ich will es zu machen geht nicht hä warum ist es wieder zu wer war das es wir irgend so einen hässlicher höchst hässlicher bursche Wie komme ich da hoch? Ich verstehe das nicht. Muss ich da was kaputt machen oder jetzt hab ich. Hä? Nein, jetzt geht es wieder rein. Okay, okay, okay. Ups. Tschöö. Oh, da geht's. Ich wette... Nee, oder ist da eine Tür? Nee. Ich dachte, es sah aus wie eine Tür. Vielleicht muss ich es komplett anders machen. Vielleicht habe ich eine andere Vorstellung für das, was ich machen soll. Entweder mache ich es die ganze Zeit richtig oder es gibt einen komplett einfachen Weg. Ich wette, alle Profis lachen mich jetzt aus. An alle Profis da draußen, es tut mir leid. Was ich da mache. Ah, so geht das. Okay. Äh, und was muss man jetzt machen? Ach, da oben geht's weiter. Das ist ja ein Doppelsprung. Wusste ich gar nicht. Okay, bis zum nächsten Part. Und hier geht's weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Duh. Duh. Ja. Spring mir erst mal da rein. Zum Beispiel haben wir da gerade gemacht. Oh, nee. Jetzt bin ich wieder drauf. Off-breaking. Hallo, ich habe euch. Das ist doch. Ein ATS-T. Dann lasse ich die Feinde mal Feinde sein. Ich mach jetzt mal nichts. Warum hast du mich angegriffen? Und was hast du dir dabei gesagt? Ja. So, und jetzt wirst du drauf gehen. Zack. So. Was zum? Oh, nein. Es geht der ATS-T auf mich los. Hä, was? Hört auf mich los zu gehen? Frist. Nein. Ich hab dann lese. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du? Willst du? Willst du das? Oh. Hey, geil. Der verliert sogar Leben bei dem Schlag. War Garten-Wirtschaftsverfahren gemacht. Wow. Der, der kann... Oh, Alter. Der kann da Sachen schmeißen? Okay. Cool bleiben, Kevin. Es ist nur ein Spiel. So. Muss ich da wahrscheinlich. Jawoll. Guten Abend. Ihr seid mir im Weg. Und du auch. Wie ein paar Tränen im Pokémon. Hehehe. Jetzt mach ich die Wirbung für meine alten Handelsplätze. Bin ich cool. Nein, bin ich nicht. Du mit deiner Kanone fühlst dich wohl ganz cool, oder? He? Wow. Das ganze Haus stürzt ein. Ne Quatsch, das ist ja gar kein Haus. Hä? 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 Wer schießt da? Ich will einfach mal weiter. Ich werde schon was finden. Wow. Du kriegst aufs Maul. Was ist da jetzt los? Du kriegst aufs Maul. Oder ihr kriegst aufs Maul. Zack. Hallo. Ich bin auch noch da. Lass meine Kollegas in Ruhe. Aufstieg. Wow. Wahrscheinlich ein Laserschwert-Ausstieg, oder? Das ist... Jaja. Ah, okay. Das ist quasi so ein Rampage. Fert aufgespießt. Und es lässt nach. Hä? Ops, hab ich jetzt eh das R2D zugeschmissen. Egal. Ui, bist du cool, oder? Hä? Du greifst ein Jedi an. Oder ein Sith Lord. Ups, ich glaub das war mal... TIE Bomber. Vom Aldi. Ach, du lebst noch. Fall endlich um, mein Gott. Was willst du denn? Was willst du denn, hä? Ich stell dich mal da hin. Ups. Ne, warte. Ich will doch nur hinstellen. So. Äh. Es ist explodiert. Du hast so eine billige Mechanik in der Zukunft. Hallo. Kame. Kame. Haaa. Und da. Ups. 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 Ah ja. Ich muss noch mal, noch mal ein Ding verbessern. Genau. Das mach ich gleich, nachdem ich diese, diese Opfer da erledigt hab. es ist aber gut hier ok jetzt gehe ich mich mal und speicher gleich weiter geht's ich weiß jetzt nicht was ich genau gemacht habe aber ist ja auch wurscht ich verstehe ich bin noch nicht so richtig die von dem hauptmenü mäßig also vom hauptmenü her aber ich werde schon rausfinden hey da geht es doch weiter oder muss der hoch man muss da was zerstören geht es doch weiter oder oder ist ein aufzug bist du ein aufzug ja okay immer weiter gott schwere stelle weil der garten quicksafe ein autosave meine ich oh mein oh mein gott okay zeit da ein bisschen aufzuräumen ich lauf einfach mal weiter und ignoriert die ganzen feinde hallo ich finde es ist cool mich zuzuschauen und auf mich zu schießen höh findest du das cool oh scheiße die haben mich entdeckt die haben mich entdeckt meiiin jetzt fahr endlich um hier wird angezeigt dass ein weiteres lasertor zwischen euch und der kommandobrücke aktiviert wurde sucht seinen generator und zerstört ihn okay jetzt mal schalte ich diese ich passt wieder aus hallo fett aufs mauer ok cool das war ein geiler angriff oh scheiße laser kann ich die zerstören ja kann ich na cool ich kann sie bewegen man schießt auf mich warum schießt auf mich ab ist entweder ein zweck wow schneit laser was willst du in jedi kampf kein bock ich hab kein bock auf jeden kampf verpiss dich verpiss dich vor hallo die merkt es nicht einmal mein gott kann ich das nicht zerstören oder doch da war auch grad so ein visier und du lebst noch das weiß ich ich spiel jetzt mit dir fußball was ist das was ist das ich schaust mich später an jetzt bin ich mitten im geschehen hä was kann ich damit machen ich weiß dass ich es nicht bewegen kann aber was kann ich damit noch machen du selber es zerstören mit dem laser oder was ich kann den steuern ja das ja jetzt hätte ich ganz von Und dann hast du mal ganz mange Zäunbänder, wo noch viele Feinde da waren.